Ich bin Lola, Lola Villegas. Ich bin 23 Jahre alt und ich komme aus Mexiko. Ich bin Isidora Markovic, ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus Uni Ballet Academy. Ich bin aus Serbien, aber ich studiere da. Wir waren für den Exhibitionen und es war sehr spannend und viele neue Sachen wir lernen. Was ist das für mich? Für mich, ich denke, es wird unsere Performance. Es ist sehr wichtig für uns, unsere Schule gut zu representieren. Aber ich bin auch sehr gespannt auf Forsyth Night tomorrow. Was ist das für dich? Ich will mich besser kennenlernen, wenn ich so einen Unterricht mit jemandem habe. Wie ich das nehme. Das ist, was ich will. Ich wollte eigentlich eine Ärztin werden, aber mit der Zeit habe ich das so ein paar Jahre alt. Was ist das für mich? 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 Oh, das ist unglaublich. Ich habe angefangen, als ich drei Jahre alt war. Und weil ich mich so fühlte, dass ich zu viel Energie hatte, ich muss etwas machen. Und natürlich, ich weiß nicht, wie ich so viel progesehen habe, aber seit sieben Jahren habe ich professionellisch lernen, zu tanzen. Und ich mag es, wie es ist. Was ist das für mich? Was ist das für mich? Das ist wirklich lustig, weil ich möchte, ich möchte, und ich möchte, meine Leben zu tanzen, aber ich wirklich möchte, eine Bordeleiterin. Also, ich möchte, ein Bordeleiterin sein. Ich habe das für mich in der Junior Company in Munich, für die nächsten Saison. Und ich sehe mich constantly progressing in der Art. Und ich weiß nicht, warum ich nicht so viel planiere. Und ich hoffe, ich werde mit dem Klassiker und Modernen weitergehen. Ich sehe mich nicht so viel planiere. Ich sehe mich nicht so viel planiere. Vielen Dank.